hallo freunde und herzlich willkommen zu einer weiteren folge im brett heute mit dem kneckebrot kneckebrot modus käsejagd ich kann mir überhaupt gar nichts darunter vorstellen wie ihr seht ich habe noch gar nichts darunter gespielt wenn wir sagen schauen wir mal rein mal schauen was da zu machen ist weil ich weiß es nicht wahrscheinlich hat käse jagen aber wie was wo vor allem ob ich es überhaupt schafft natürlich die nächste frage finde den käse finde den käse dahinten stinkt es ok apfel lass mich in ruhe aus der steuerung ist genau gleich wie beim toast muss ich wahrscheinlich eher chenka spielen recht nah ein toastbrot macht den ganzen teller kaputt gib mir dein käse ja ich habe doch den käse kunden na komm schon fort damit lass mich raus ich bin arzt hallo ich habe doch hier käse ok ach kommt dieser kack chenka Der Traum hier. Futter mit. Weg! Weg! Gib mir die Cheese. Weg! Weg! Hier ist Käse. Habe ich jetzt gewonnen, oder? Integrität? Was ist Integrität? Muss ich jetzt den Käse irgendwo hinbringen? Was ist da los? Warum? Warum 055? Ich hab den doch hier. Ach so. Muss ein Plastfall drauf klatschen. Okay. Ja, leck mich doch fett. Ich will kein Schinken, ich will Käse. Wuhu. Okay. Ach, ich brech nach einer Weile. Ach du Scheiße. Hätte ich das vorher gewusst? Ähm. Ja. Ja. Okay, da bin ich mal gespannt, wie ich hier hochkomme. Was ist das? Ja. 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 Nein! Boah, lecko mio. Das war knapp, Freunde. Das war echt knapp. Paz, gib mir die Käse. Ich will Käse. Oh, das will ich nicht. Woll! Käse Nummer 2, wo ist Käse Nummer 3? Ich will sie versuchen. Hm. Ne, das ist der Toaster. Wo ist der Käse? Käse. Hm. I can't see any cheese. No. Da ist auch kein Käse drunter. Wollen wir mal runter. Okay. Ach du Schande. So. Als das alles aussieht, werde ich hier nicht sonderlich lang leben. So. 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 Ich bin jetzt echt dezent blind vor Käse. Geh weg! Dummer Deckel. Okay, Käse los durch die Küche. Also an für sich ist es schon ein guter Modus, aber wie gesagt, wo ist der Käse? Ich habe gerade mal zwei von fünf und ich sehe keine grüne Wolke. Ist da da oben? Nee. Okay, ich bin einfach nur betriebsblind. Das heißt, ich habe keinen Plan. Und ich hoffe, jetzt überlebe ich. Ja, ich habe es überlebt, Gott sei Dank. Hm. Okay, hier ist auch kein Käse. Nee, oder? Ach du, heilige Muttergottes. Als ob ich da hochkomme und vor allem dann auch noch überlebt beim runterkommen. Kann den Kühlschrank aufmachen. Echt jetzt. Ähm, Kühlschrank rein. Puh. Puh. Lass mich durch, ich bin Knäckebrot. Kling, kling, ja. Kurz aufladen und dann gehen wir klettern. Ich glaube, ich mache jetzt gerade voll den Stoß. Ich weiß, so schlecht sieht es jetzt gar nicht aus. Ich wurde geknäckt. Ja. Ich wurde voll geknäckt. Und, ja. Also, das ist echt auch ein harter Modus. Vor allem, wenn man hier richtig fett geknäckt werden könnte. Knäckebrot ist halt auch kein einfaches Leben. Es ist halt einfach hart. Und spröde. So. Aber, das war's von der Folge, in der wir geknäckt wurden. Darum, danke fürs Zuschauen. Tschau, tschüss und ade. Auf Wiedersehen. Bye. Bye. Bye.